Hallihallöchen Willkommen zurück bei Cole Island da ist unser Hühnchen unser Hühnchen Elvis da muss ich aufpassen dass unser Hund nicht reagiert ja schön alles einsammeln hier achso ist nicht fertig okay na jetzt sammels doch ein mann so was haben wir denn da das haben wir schon drinnen das ist Papayasaft achso so so Rest können wir eigentlich verkaufen das was doppelt ist verkauf ich jetzt demnächst eh hm weiß einer noch warum ich Holz und Gold dabei habe ich weiß es gar nicht mehr ich weiß es gar nicht mehr ich habe es vergessen ist schon ein paar Tage her dass wir aufgenommen haben ja 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 das ist gut ich wollte das Ei aber mitnehmen nein nicht jetzt streichelt der das Viech nochmal nein jetzt hat er schon mit weiter lala 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 mhm 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 t mhm mhm Achso, äh. So. Die sind auch glücklich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ja. Es ist so schön. Wie schön ist das? Oh nein. Doch, kann ich nehmen. Gott sei Dank. Die, die. Die sind raus, die Viecher. Äh, Tiere. 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 Höre. Alle hier nicht auf den Aufstand, ey. Aufstand. Aufstand. Die violette Jacke, das wird nochmal so eine Sache sein. Da müssen wir nochmal gucken. Ich habe ja gelesen. Ich habe euch gelesen. Ich habe euch gelesen. Alle hier. Ähm. Das, das. Nein. Mann. Ähm. Obwohl punkteabhängig sein soll. Soll. Ich komme nicht an diese. Warum liegt denn da? Ja. Jetzt. Nein, nicht gießen. Sammle das Ei, Mann. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Kakao machen soll. Ich weiß nicht, was ich mit dem Kakao machen soll. Kakao. 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 I für Inventar. Äh. Achso. Hier haben wir auch noch Sachen. Ja. Sachen zum Verkaufen, die das Leben laufen. Lalalalalala. Ähm. The Burner. Hier haben wir noch das hier. Ja. Dann haben wir da eine Milchüber. Oh. Achso. Die Böne. The Burner. The Burner. The Burner. Böne. 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 Kann man noch burnen? So. Was haben wir denn noch hier? Was kann ich? Ich kann das. Jetzt hier zur Kenntnis. Essen kann ich. Achso. Okay. Ja. Gut. Okay. Rote Rübe. Ja. Kann man das getrinken? Ey. Wer säuft denn sowas? Wer säuft echt sowas? Ne? Oh. Hoppla. Hab ich ja jetzt. Ne rote. Ich hab da ne rote Rübe reingetan. Ich hab da einfach ne rote Rübe reingetan. Kann man ja mal machen. So. Einmal abzuhören. Das Museum war jetzt doof. Aber egal. Keine Aufträge. Oh. Was soll ich machen ohne Aufträge? Was ist das? Äh. So. Perfektes Timing. Könntest du uns damit bitte helfen? Jo. Oder rum. Komm her. Tragen wir mit. Allemal zusammen. Johnny, du. Du bleibst da und hältst nach Problemenausschau. Charles, du drehst dich von hinten um und Millie, du schiebst von der Mitte aus. Jo. Gut gemacht so. Da. So. Ja. 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 Bisschen noch. Ja. Ich glaub, Charles, das geht nicht. Drehen. 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 Scott, es dreht sich nicht mehr. Hier hätten sie vorher. Ne. Hier. Die. Das hier. Sieht man das? Ja. Hätten sie über das Geländer. Dann geht es einfacher. Ich spreche da so ein bisschen aus Erfahrung. Das würde es nicht. Wenn sie zusammendrehen. Komm schon. Dreh dich. Scott, hör auf drehen zu sagen. Das Sofa rütze ich nicht. Die stecken fest. Es. Nur noch ein Versuch. Dreh dich. Alles klar. Mist. Es rütze ich nicht wirklich. Kein Millimeter. Ja. Zurück. Und dann über das Geländer. Was meinst du? Ein letztes Mal zu drehen? Wir sollten das anders angehen. Nein. Keine Ahnung. Umzugstürmer. Ich hast du recht, Millie. Alles klar. Bringen wir das wieder nach unten. Nein. Das geht. Das ist echt einfach. Das geht. Da ist doch nichts los. Ach. Da. Also. Mit Leichtigkeit wird es gegangen. Mit Leichtigkeit. Ich habe jetzt auch jahrelang Möbel von A nach B verschleppt. Von daher kann ich ja auch ganz leicht mit sprechen. So. Werkzeuge aufwerten. Lass mal gucken hier. Ja. Die machen wir Gold, die Sense. Gold wird bald bearbeitet. Das wird in zwei Tagen fertig sein. Okay. Herr Schmied. Sonst noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? Ein stumpfes Schwert. Ne. Das will ich nicht. Jetzt nur aufwerten. Na okay. Also Sense. Jetzt kann man natürlich nicht tauchen. Weil das bringt überhaupt nichts. Ah. Das macht nichts. Dann können wir ein bisschen. Bisschen anderen Kram machen. Wo ist denn die Liebe meines Lebens? Da unten. Okay. Die Yuki ist da unten. Kann man denn noch was Grünkohl vergeben? Was ist die Yuki denn? Hä? Jo. Wo ist die hin? Hä? Wie kommt die denn so schnell da hoch? Ja. Was ist denn passiert jetzt? Ich will nicht zur Millie. Ah. Oh. Oh. Lustig ist, dich hier zufällig zu treffen. Hey. Das ist süß. Ebenfalls natürlich. Egal. Ich probiere etwas aus. Es gibt da diese alte Legende, dass eine Göttin in den Gewässern von Coral Island lebt. Mein Vater hat es mir erzählt. Bach oder See? Wasser? Nein. Nicht der Ozean. Das ist der See. Glaube ich. Sag es niemandem. Aber ich werfe schon Blumen rund um diese See. Seit meine... Meine Güte. Ja. Ich habe es an vielen verschiedenen Stellen getan. Noch immer nichts. Ich weiß, dass es albern ist. Aber sind das nicht alle Mädchen albern? Äh, Märchen albern. Wie dem auch sei. Ich habe mir gedacht, ich bringe nächstes Mal Blumen ins Spiel. Ich dachte, du hättest gesagt, dass du die Blumen geworfen hättest. Ich wusste nicht, ob die wirklich funktionieren würde. Ich würde... Ich habe die Idee geprüft und Gras hineingegeben. Das funktioniert vielleicht. Aber das hat es nicht. Aber keine Sorge. Ich habe heute mit Blumen angefangen. Was meinst du? Ja, Blumen. Zieh mal einen Schluck. Nein. Liebe meines Lebens. Juki. Ist auf jeden Fall ein ermutigendes Zeichen für eine Verbesserung damit im neuen Stadtrand. Achso. Moment. So ist das Geschenk. Ja. Du bist so nett. Dankeschön. Nicht? Okay. Schade. Und ich könnte so viele medizinische Fachzeitschriften abonnieren, wie wir möchten. Die Stadt kommt für die Kosten nach oben. Das ist ja schön. Eigentlich. Oder? Eigentlich ja schön. Hier. Das hat bestimmt mal jemand gemeint. Hier. Achso. Hier kann ich schneller sehen machen. Hier. Das ist ein Tempel. Diese Göttin. Ein Altar wahrscheinlich. Ich habe aber nichts dabei. Ich habe das meiste schon gemacht. Gut. Da brauche ich noch Wolle. Also kleine Wolle. Kleine Milch. Smoothie. Gegrillter Fisch. Tomatensuppe. Das habe ich alles noch gar nicht. Ah. Guck mal hier. Monsterbeute. Die könnten wir mal. Die könnten wir mal loswerden. Unsere Monsterbeute. Mhm. Farm. So. Monsterbeute haben wir hier. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das alles war. Das Fleisch haben wir jetzt nicht so. Stein. Zähes Fleisch. Seeliges. Achso. Warte mal. Ähm. Ab zum Seedempel. Was wir haben. Ne. Haben wir. Und dann schmaßen wir es einfach da rein. Und dann müssen wir vielleicht nochmal. Reingehen. Achso. Hier was ne. Ja. Zack. 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 Okay. Das reicht. Ne. Das reicht noch nicht. Shit. Naja. Okay. Haben wir es noch reingeschmissen? Haben wir halt reingeschmissen. Dann haben wir das auch. Ne. Was weg ist weg. Was weg ist es weg. Warte. Warte. Da könnte man das eigentlich echt noch. Schrott. Oh. Nehmen wir noch Schrott. Schrie Schra. Schrott. Sprach der Mod. Ist mir jetzt egal. Das machen wir nachher. Wir reisen jetzt erstmal zur Waldhöhle. Höhle. Die sehen auch ein bisschen anders aus. Die Höhle. Zum Feuerschacht. Wir beginnen ab Stufe 1. Hier ist nichts. Hier ist aber nichts. Oh. Sind wir neue Monster? Oh. Also. Ah. Davon zählst Fleisch. Okay. Verstanden. Kommt auf jeden Fall ganz schön drauf. Das Ding. Das Getier. Hier Steine kriegen wir auf jeden Fall genug. Fossile Brocken. Fossile Brocken. Fossile Brocken auch scheinbar. Komm. Greif an. Ein verfluchtes Fragment. Du verfluchtes Fragment. So. So. Also Stein kriege ich scheinbar genug. Da soll ja wohl keiner meckern. Ei. Da ist das Loch. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Aua. Ah. Es tut weh. Hä? Kann ich das Ding. Ach. Jetzt greift es an. Ah. Alter. Ich will ein Stück Fleisch. Das sind neue Monster. Das sind neue Monster. Aua. Ich kann nicht laufen. Aua. 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 Ich bin voll der. Boah. Die sind aber stark diesmal. Was haben die denn an den Monster geändert? Ich soll gleich mal was essen. Bei ihm was essen hier. Sonst äh. Macht mir äh. Hier noch. Das Getier äh. Den gar aus. Oh. Das greift sogar. Oh. Das greift schon wieder an. Das ist Dreckvieh. Was ist das? Alter. Rennen. Oh. Das hat. Oh. Das hat mich voll getroffen. Das ist aber auch fies. Die sind fies und neu. Die sind echt fies und neu. Okay. Fies und neu. Okay. Den gehen wir aus dem Fall erstmal aus dem Weg. Irgendwie kriegt die nämlich nicht klein gekloppt. Schnell weg. Es kommt wieder. Hilfe. So. So. Müssen wir jetzt gleich mal eben schnell schlafen gehen. Aber erstmal machen wir fahren. Wir müssen erstmal unsere Taschen leeren. Die lassen wir auch hier. Das auch. Das ist Erz. Ne. Ach. Ich hab das jetzt beim Erz mit reingeschmissen. Ich bin ja auch so doof manchmal. Ja gut. Können wir trotzdem hier drin lassen. Das ist ja nicht so schlimm. Ist ja. Ist ja eh schlimm. Ist ja eh schlimm. So. Warte mal. Ähm. Quatsch. Hier ist Hartholz. Wir wollen ja auch Dinge verkaufen. Huch. Hilfe. Ja. Achso. Die sind auch gar nicht fertig. Äh. 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 Ihr seid ja noch gar nicht fertig. Äh. So. Haben wir so ein kleines Ziegen-Ding. Ja. Haben wir auch. Ähm. Birnen-Konfitüre. Haben wir. So. Birnen-Konfitüre hat man noch nicht. Das kann verkauft werden. Die leckere Birnen-Konfitüre. Und wir haben Steine ohne Ende. Wo ist Elvis denn? Wo ist der? Elvis? Ach Elvis. Da bist du ja. Na wie geht's dir Elvis? Hm? Alles gut? Ja. Braver Hund. Braver Hund. Ganz braver Elvis. So. Wir gehen erstmal eine Runde schlafen. Schlafen wir jetzt erstmal. Ja. Alles. Charles. Was will ich mit Charles? In einer Beziehung mit Charles? Ja. Ich hoffe nicht. So. Wird gespeichert. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.